und herzlich willkommen hier auf dem neuen kanal von gocrypt wir fangen an mit dem basics 1 unsere expeditionen in die kryptowährungen blockchain neue technologien alles was damit zu tun hat zum inhalte dieses videos fangen wir an mit einem vorwort dann kommen wir zu gold und geld blockchain bitcoin exchange oder börse und vorab zur information ich werde das ganze jetzt hier in einem aufzeichnen das heißt ich mache das ein bisschen wie ein stream ich habe gestern mich daran gesetzt und habe mal eine kleine powerpoint präsentation vorbereitet um so die wichtigsten bullet points aufzuzeigen und das verständnis zu bekommen was bitcoin eigentlich ist denn in den medien wird natürlich viel über bitcoin gesprochen und deswegen starten wir auch direkt mal ganz kurz mit dem vorwort hierhin und zwar möchte ich ganz zu beginn dieses videos einmal noch mal deutlich machen dass meine inhalte nicht als finanzberatung zu verstehen sind denn ich möchte lediglich die technologie und vorteile dieser aufzeigen das heißt über bitcoin sprechen über die blockchain technologie im allgemeinen vielleicht auch noch über das ein oder andere projekt der kanal ist ganz neu das heißt ihr habt auch die möglichkeit die inhalte mitzubestimmen dafür am besten einmal den kanal abonnieren vielleicht sogar die glocke abonnieren das man ja auch heutzutage immer so in den videos ich weiß noch nicht ganz genau was das alles bringt aber von daher denke ich mal dass wir damit durchstarten werden das heißt auch wenn ihr fragen habt einfach unter die kommentare schreiben ansonsten gibt es in den kanal infos auch noch ein paar weiterführende links unter anderem zu dem neuen discord channel den ich auch erstellt habe dort können wir uns natürlich gerne austauschen inhalte für die kommenden videos festhalten und natürlich auch diskutieren wir fangen an und zwar geht es da erstmal ein wenig um mich und zwar hatte ich meine ersten berührungspunkte mit bitcoin im frühjahr 2010 im weiteren verlauf dieses videos werden wir auch noch die informationen dazu bekommen wann ist der bitcoin überhaupt entstanden weshalb vielleicht sogar auch von wem etc wie funktioniert das netzwerk nun ja also meine ersten berührungspunkte mit bitcoin hatte ich im frühjahr 2010 da gab es eigentlich noch keine richtigen exchanges also es gab das ganze system bitcoin war noch relativ frisch ich habe zu dem zeitpunkt gaming am rechner betrieben das heißt ich habe viel gezockt und da hatte man natürlich auch eine vernünftige grafikkarte zu dem zeitpunkt wenn man dann viel spielen wollte und bitcoin hatte zu dem zeitpunkt auch der bitcoin core wallet oder mit der bitcoin core wallet damals auch die möglichkeit bitcoins zu meinen dafür lief dann damals über die grafikkarte naja auf jeden fall ich habe das ganze gemacht hatte zu dem zeitpunkt dann auch einige bitcoins gemeint das waren so circa 150 die ich dann allerdings aufgrund dessen dass ich zu dem zeitpunkt gar nicht verstanden habe was bitcoin eigentlich ist und wie bitcoin unsere welt verändern wird in der zukunft ich meine heutzutage wir schreiben das jahr 2021 wer weiß wie dieses video in zehn jahren ankommen wird wir sind uns alle noch ein wenig unschlüssig darüber welche ausmaße das annehmen kann aber ich denke da werden wir auch im video noch zu kommen resümee aus dem ganzen im frühjahr 2010 die berührungspunkte die ich mit bitcoin hatte die beliefen sich eigentlich nur auf eine digital währung die da erschaffen wird und verkauft werden kann zu dem zeitpunkt weniger als 1 cent oder so um die 1 cent das heißt ich habe das ganze mal ein bisschen entgegengerechnet zu dem stromverbrauch den ich in der zeit hatte und habe das dann für nicht gut befunden aber das liegt natürlich auch daran dass ich den preis und werte nicht ermitteln konnte da kommen wir aber auch noch mal später zu im frühjahr 2017 bin ich dann in thailand unterwegs gewesen und habe einen bitcoin casino programmierer getroffen aus frankreich der mir sehr viel über bitcoin erklärt hatte was ich zu dem zeitpunkt gar nicht auf dem schirm hatte bitcoin stand als ich die ersten gespräche mit ihm geführt hatte bei ca 600 us dollar wo ich erstmal dick geschluckt habe weil das ganz aus meinem bild weg war ich habe da gar nichts mehr von mitbekommen und während meines urlaubs ist der bitcoin dann immer peu a peu gestiegen und das war dann auch so ein bisschen der grund dass ich mich mehr mit der thematik noch beschäftigt habe vorwiegend aber auch durch die informationen die ich von dem netten herren da bekommen habe mit dem ich leider keinen kontakt mehr habe also vielleicht wird man noch mal irgendwann kontakt haben die welt ist nicht so groß nichtsdestotrotz als ich wieder kam aus diesem urlaub das war mit 2017 dann also als ich angefangen habe mit meinem freund ethereum gpu mining zu betreiben das heißt wir haben uns einen gpu server aufgesetzt mit grafikkarten haben die software dafür entwickelt dass das alles funktioniert und hatten das ganze dann auch von 2017 bis Ende 2020 betrieben und und da kommen wir aber auch später nochmal zu aber das sollte so ein bisschen so die und geschichte sein wie ich jetzt überhaupt dazu kommen Anfang 2021 das schreiben wir heute den 21.3. Start von GoCrip YouTube und das ganze soll einfach ein bisschen der Wissensvermittlung dienen dass wir ein wenig alle mehr darüber erfahren was Bitcoin und die Blockchain Technologie ist jetzt kommen wir zu unserem ersten Bullet Point und der lautet was ist Geld Geld hat drei ganz wichtige Eigenschaften und das sollte ein Wertaufbewahrungsmittel sein ein Transportmedium und eine Rechnungseinheit das ganze klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt aber wir müssen erstmal die Grundsätze unseres aktuellen Geldsystems verstehen um auch wirklich den Wert von Bitcoin überhaupt irgendwie bemessen zu können und was gibt es da besser als Gold heranzuziehen und das System Geld in dem wir leben Ihr seht jetzt schon die anderen Bullet Points die wir hier haben Gold als Geld, Wert von Gold, Papiergeld verknüpft an Gold, Fiatgeld, Zentralisierung das heißt ich habe das ganze so ein bisschen aufgearbeitet dass wir einen Faden haben der sich durch die ganze Präsentation zieht und dass es etwas leichter verständlich wird Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar lautet der Gold als Geld Gold ist uralt ja ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube so 10.000 vor Christus haben die ersten Menschen angefangen schon mit Gold als Geld zu handeln weil es da vorher immer natürlich immer Warenaustausche gab das heißt wenn ich Hühner hatte konnte ich mit dem Huhn zum Beispiel ein Lederfell kaufen und habe damit dann eben direkt getauscht Gold hatte das ganze dann etwas leichter gemacht wie wir gerade ja festgestellt haben brauchten wir etwas was als Wertaufbewahrungsmittel, Transportmedium und Rechnungseinheit fungiert um überhaupt dieses System von Geld zu verstehen Gold als Geld, Gold ist selten und nicht reproduzierbar das ist einer der wichtigsten Eigenschaften um einen Wertspeicher zu haben Gold ist transportabel das heißt es ist definitiv leichter vielleicht eine kleine Goldunze zu transportieren oder eben ein ganzes Rind um vielleicht etwas zu kaufen und Gold ist fungibel das heißt eine Unze reines Gold ist immer gleich viel wert das ist auch ganz wichtig natürlich gibt es da auch Möglichkeiten andere Sachen beizumischen oder so aber das ist ja zum Beispiel bei Gold auch relativ einfach herauszufinden dann mit den richtigen Werkzeugen von daher denke ich mal dass das soweit verständlich ist und auch den Sinn dahinter verständlich macht ja der Wert von Gold ganz bekannte und liebe Frage die ich des öfteren mal gestellt bekomme ich kann dazu nur sagen Gold hat keinen inbegriffenen Wert das heißt Gold an sich ist für uns Menschen nicht wertvoll zumindest nicht in dem Sinne davon dass wir Gold benutzen können also es gibt natürlich Anwendungsbereiche die auch für Gold wichtig sind das heißt wir sind in der Schmuckindustrie beispielsweise oder eben in Halbleitern wird es auch verwendet ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher aber in Elektronikbauteilen definitiv findet es eine Anwendung das heißt natürlich gibt es auch Anwendungsbereiche wo Gold eingesetzt werden kann aber der entscheidendste Einsatz von Gold ist Gold als Wertaufbewahrungsmittel und das geht dann auch einher dass der Wert von Gold durch das Vertrauen in die Geschichte erzeugt wurde das heißt wie ich gerade gesagt habe Gold ist schon sehr alt ist auch immer noch eins der wertvollsten Assets oder der härtesten Assets wenn man das so sagen kann die wir stand haben bis zumindest Bitcoin entstanden ist das nehme ich jetzt schon mal vorweg das ist meine persönliche Meinung dazu aber da werden wir vielleicht auch am Ende dieser Präsentation nochmal genauer drauf eingehen können Papiergeld verknüpft an Gold ja das ist auch eine ganz interessante Geschichte wenn man das so nimmt Goldgedeckte Schuldsteine Goldgedeckte Schuldsteine im 15. Jahrhundert ja das ist natürlich jetzt ein schöner Versprecher gewesen aber ich mache jetzt einfach weiter das heißt irgendwann ist den Leuten auch gefallen dass mit Gold zu handeln auch nicht das optimalste ist weil es eben vielleicht auch schwerer zu transportieren ist man muss gewisse Sicherheiten haben dazu das heißt es sind sogenannte Schuldscheine entstanden die allerdings mit Gold gedeckt waren jetzt werden viele sagen ja das ist bei unseren Währungen immer noch so aber leider muss ich euch da alle enttäuschen denn das ganze war nur ca. 450 Jahre gültig und hatte dadurch natürlich auch ein gewisses Vertrauen erzeugt ich sage es hatte nur ca. 450 Jahre Gültigkeit das heißt wir haben angefangen im 15. Jahrhundert 450 Jahre irgendwann ist das wohl abgeschafft worden und dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt dem sogenannten Fiatgeld ich werde auch in allen weiteren Videos immer von Fiatgeld sprechen wenn ich über Euros oder US-Dollar sprechen werde egal was wir an Währungen kennen das werde ich als Fiatgeld bezeichnen weil das der geläufige Begriff dafür ist und das bedeutet eigentlich im Prinzip dass ab 1920 angefangen worden ist von den Zentralbanken den Goldstandard aufzuheben das heißt bis zu diesem Zeitpunkt war das nötig dass Zentralbanken die Geldscheine oder Schuldscheine ausgegeben haben eben auch diese mit Gold im Hintergrund gedeckt hatten nun gut der entscheidendste Punkt finde ich dazu war der 15.08.1971 an diesem Tag hat US-Präsident Nixon die Bindung des Dollars an Gold aufgehoben und danach hat der exzessive Druck von US-Dollar angefangen den wir bis heute sehen um vielleicht nochmal ganz kurz darauf einzugehen ich meine wir hatten jetzt vergangene Woche die 1,9 Billionen US-Dollar Stimuluschecks die wieder verteilt worden sind ich meine natürlich die Corona-Krise ist ein Problem mit dem wir weltweit zu kämpfen haben aber ich denke auch da sollte man immer mal bedenken wen trifft das Ganze ja und wenn die fett hingeht und neue US-Dollar druckt und ausgibt dann greift sie damit jedem der US-Dollar besitzt auch als Reservewährung denn wir wissen alle der US-Dollar ist eine Weltreservewährung in die Taschen und die Frage ist nur wie lange kann sowas funktionieren das eine Häubchen des Ganzen war dann 1976 als der Internationale Währungsfonds die Empfehlung ausgegeben hatte zur Aufgabe der Goldbindung und das zeigt auch sehr schön wenn man sich unsere Wirtschaftssachen anschaut der letzten 50 Jahre wohin das geführt hat umso wichtiger ist es darüber zu sprechen und zu verstehen eigentlich auch welches System wir derzeitig haben und welche Alternativen es vielleicht auch gibt ja der nächste Punkt auf meiner Folie ist die Zentralisierung und die Zentralisierung ist ganz grob beschrieben nur weil ich ja auch schauen will dass ich das relativ zügig jetzt mal durcharbeite diese Grundthemen gerne könnt ihr aber auch darüber diskutieren wir können kommentieren tauscht euch auf unserem Discord Channel aus stellt die richtigen Fragen dass die Zentralisierung wichtig ist darüber zu wissen und zu diskutieren und nicht einfach alles hinzunehmen was einem so vorgesetzt wird die Zentralisierung bedeutet im Prinzip dass eine einzige zentrale Institution wie Regierung oder Zentralbank bestimmt was passiert und wie das Ganze vonstatten geht das heißt auch dass das Gesamtumlaufvolumen kaum auszumachen ist das sind Schätzungen die man im Internet findet ich meine jeder kann sich gerne auf die Suche begeben pausiert das Video schaut einfach mal wie viele US Dollar im Umlauf sind wie viele Euros im Umlauf sind und selbst wenn ihr dann eine Zahl gefunden habt macht euch mal Gedanken dazu wie realistisch diese Zahl ist weil kontrollieren kann es keiner ja also das heißt wenn auf dem Computer der Pad irgendwo eine Null dazugefügt wird oder irgendwas verschoben wird wer soll das mitbekommen also bei einer zentralisierten Geschichte ist es immer so eine Frage ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht eine Hinterfragung des Ganzen denke ich ist da auf jeden Fall mindestens gegeben und deswegen stelle ich auch ganz klar die Frage ist das Vertrauen gerechtfertigt das heißt das Vertrauen in unsere zentralen Geldsysteme ob die wirklich so gerechtfertigt sind oder ob es da vielleicht auch Alternativen gibt wozu wir direkt zu unserem dritten Punkt kommen und zwar der Blockchain wir haben hier auch wieder verschiedene Punkte das heißt wir fangen an mit der Dezentralisierung im Gegensatz zu der Zentralisierung von eben dann haben wir Double Spending, Satoshi Nakamoto, was ist eine Blockchain, Blockchain und Kryptowährungen um das einmal vorweg zu nehmen ich weiß jeder von euch liest sich die Punkte sowieso gerade durch aber deswegen dachte ich mir nehme ich das direkt mal auf Dezentralisierung bedeutet im Prinzip dass es offen für jedermann ist dass es keine Grenzen gibt die dem unterliegen eine 24 7 Zugänglichkeit dieser dezentralen Einheiten klare Regeln, Transparenz vertrauenswürdig da man nur dem System vertrauen muss das heißt es gibt ja keine zentrale Instanz der ich einem Vertrauen gegenüber aussprechen muss hier muss ich nur dem System der Dezentralisierung vertrauen und wie ich gesagt habe keine zentrale Partei das hängt natürlich mit zusammen womit wir aber zum nächsten Problem kommen und das ist das sogenannte Double Spending Problem das Double Spending Problem ist dass es dadurch dass jeder selbst verantwortlich ist auf der einen Seite bei einer dezentralisierten Institution gibt es halt keine Kontrollen und wäre für ein Geldsystem auch wirklich schwierig also da gab es ja auch Versuche in der Vergangenheit das Problem zu lösen aber da gab es keine richtigen Lösungsansätze und keine Kontrolle bedeutet in dem Sinne dann auch eine unbegrenzte Geldmenge wir hatten ja den Vergleich Geld Gold etc das gibt halt bei einem physischen Gegenstand nicht das heißt aber bei einer digitalen Währung wird es umso wichtiger diese Double Spending Probleme zu lösen und das Problem war bis 2008 nur durch eine zentrale Institution lösbar und jetzt kommt der eine oder andere vielleicht schon auf den Gedanken 2008 Satoshi Nakamoto was ist da passiert genau dieser Satoshi Nakamoto über den gibt es übrigens eine ganze Geschichte da können wir gerne auch mal vielleicht ein Video zu machen allerdings finde ich das gar nicht so schlecht dass es keine genauen Auskünfte über Satoshi Nakamoto gibt also wer ist das auch heutzutage weiß man es einfach nicht genau es gibt da Vermutungen aber so macht das ganze ja auch vielleicht etwas mehr Sinn um Bitcoin auch zu verstehen weil es ist einfach was unglaubliches und 2008 im Oktober ist das sogenannte Bitcoin White Paper veröffentlicht worden von Satoshi Nakamoto und das ganze ist auch abzurufen unter bitcoin.org slash bitcoin.pdf das ist die englische Version die ist auch in den Kanal Infos nochmal verlinkt ihr könnt allerdings auch die deutsche Version davon lesen die ist auch verlinkt in den Kanal Infos wir sprechen hier von circa acht Seiten auf denen das gesamte Produkt sage ich mal von Bitcoin wie was funktioniert das Double Spending Problem wie das gelöst ist in dem Sinne das ist alles dort beschrieben und ich denke das sollte eine Pflichtlektüre sein für jeden der in Bitcoin einsteigen möchte der sich mit Bitcoin beschäftigen möchte weil ich auch der Meinung bin dass es viel viel Wichtigeres gibt als nur die Gains zu bekommen über Wertsteigerungen des Bitcoins das ist nämlich ein generelles Problem mit Bitcoin dass wir da immer von einem Preis und einem Wert sprechen und der meiner Meinung nach noch gar nicht definiert ist richtig denn der Wert eines Assets bestimmt erst auch die Anwendungsbereiche und halt auch die Problematiken die ich vorhin angesprochen habe die wir heutzutage in unserem Finanzsystem haben aber auch dazu kommen wir später nochmal naja gut in dem Sinne wurde von Satoshi Nakamoto in dem Bitcoin White Paper das Problem von Double Spending gelöst und 2009 entstand der sogenannte Genesis Block der Genesis Block ist der erste Block gewesen der Blockchain mit einem Block Reward von 50 Bitcoin die damit ausgegeben worden sind und was ich auch ganz interessant fand jetzt auch nochmal in der Recherche für diese ganze Geschichte hier ist die Nachricht die mit eingegangen worden ist oder zumindest da gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen zu kann man sich selbst ein Bild zu machen aber ich finde es macht schon Sinn das auch mitzunehmen und zwar war das eine Newsline der Times vom 3. Januar 2009 wo es kurz nach der Finanzkrise darum ging weitere Gelder freizugeben um das derzeitige Geldsystem zu stützen könnt ihr gerne nachlesen könnt ihr euch gerne mit informieren könnt ihr gerne nochmal Fragen stellen können wir gerne auch nochmal weiter diskutieren ich wiederhole mich die ganze Zeit deswegen mache ich direkt weiter zum nächsten Punkt was ist eine Blockchain natürlich ist das ganze jetzt sehr abgekürzt wir haben ja hier ein paar Topics die wir durchgehen wollen und ich werde auch noch weitere Videos machen von daher denke ich mal das wird erstmal nicht allzu kompliziert sein um das Grundgerüst davon zu verstehen ich habe jetzt hier einen Punkt aufgeschrieben und zwar ist es die vollständige und unveränderliche Transaktionshistorie aller Transaktionen einer dezentralen Community die jeder der Teil davon ist zustimmt das ist im Grunde genommen ein bisschen abstrakt geschrieben aber ich denke doch ganz einfach zu verstehen ich meine der Begriff Blockchain macht ja selbst schon etwas im Kopf wir stellen uns Blöcke vor und eine Kette und in all diesen Blöcken sind Informationen gespeichert und diese Kette wird immer länger das heißt ich habe gerade von Genesis Block gesprochen das war der erste Block und alle anderen Blöcke das sind über 600.000 mittlerweile die sind danach gekommen und akzeptieren aber auch alle Blöcke die davor abgeliefert worden sind das heißt dadurch habe ich eben eine unveränderliche Transaktionshistorie und da haben wir schon den ersten gigantischen Unterschied zu unserem derzeitigen Finanzsystem wenn wir über Geld sprechen also wenn jemand was dazu hat sendet es mir gerne zu ich habe da einfach nie was zu gefunden und das hat mir eigentlich auch so ein bisschen ja das ganze so zum Nachdenken gebracht und auch 2017 dann zu meinem Wertewechsel gebracht wo wir eigentlich mit unserem Geldsystem heutzutage stehen die Blockchain geht in regelmäßigen Zeitabschnitten aktualisiert das ist natürlich diese Zeit auch wo jeder neue Block entsteht und jeder Teilnehmer akzeptiert sie als Realität das ist das was ich gerade gesagt habe das heißt immer der letzte Block akzeptiert alles was da vorgegangen ist als die Realität also als feste Instanz und das ist extrem wichtig dann auch wenn man tiefer in die Materie reingeht was die Unveränderlichkeit anbelangt das heißt diese Bitcoin diese Blockchain in dem Sinne von Bitcoin beispielsweise wird gespeichert und so kann man jederzeit sicherstellen dass niemand Ausgaben doppelt machen kann da diese woanders zu einem Konflikt führen würden das heißt wir haben eine ganz häufige dezentrale Struktur das heißt jeder hat diese Blockchain bei sich auf der Masternode gespeichert und vergleicht diese dann mit den Werten die davor sind und wenn es da jetzt irgendwo was gibt dass jemand zum Beispiel einen alten Block verändern möchte und sich zum Beispiel Guthaben hinzufügen will oder was auch immer wenn wir jetzt über Bitcoin sprechen dann ist das eben nicht möglich beziehungsweise wir zu Konflikten führen und das ist auch ganz wichtig zu verstehen weil das im Prinzip die Sicherstellung dieser Double Spending Geschichte ist die elementar wichtig ist wenn wir darüber sprechen jetzt habe ich gerade schon ein paar Sachen aufgegriffen was Blockchain und Kryptowährungen betrifft vielleicht zur Abgrenzung würde ich sagen dass die Blockchain die Grundlage zur Existenz einer dezentralen digitalen Währung ist das heißt nur mit der Blockchain habe ich die Technologie dieses Double Spending Problem zu lösen und auch eine dezentrale digitale Währung wie jetzt den Bitcoin überhaupt erschaffen zu können die Kryptowährung ist eine digitale Währung bei der jede Regel oder Regulierung in den kryptographischen Algorithmus programmiert wurde das heißt das was ich vorhin angesprochen habe kurz mit dem Bitcoin White Paper da ist eigentlich schon festgelegt wie was funktioniert und da komme ich dann gleich auch nochmal weiter zu weil der nächste Punkt bei uns schon Bitcoin ist ich würde aber ganz gerne noch kurz den nächsten Punkt aufnehmen und zwar eine Währung die durch Kryptographie gesichert und rar gemacht wird das was sonst die zentrale Institution machen würde das heißt machen würde sagt es ja schon ganz gut leider ist es heutzutage ja nicht mehr ganz so der Fall eigentlich war das mal so gedacht wenn man darüber spricht ist es irgendwie schon echt lächerlich wo wir uns befinden und was alles so in der Welt vorgeht nichts desto trotz Entschuldigung so nichts desto trotz kommen wir zu unserem nächsten Punkt das ist schon der Bitcoin ich glaube wir sind doch schon bei einigen Minuten hier angekommen 24 sehe ich gerade das heißt ja die halbe Stunde könnte passen also das erste worüber ich ganz kurz sprechen möchte ist das Bitcoin White Paper wie ich wohin auch schon kurz erwähnt habe sind es neun Seiten die das Prinzip und die Technik hinter Bitcoin erklären und ich denke ein System was so einfach ist im Grunde zumindest dass ich es auf neun Seiten zusammenfassen kann das ist auch für jeden irgendwo verständlich da brauche ich kein Programmierer sein da muss ich kein Mathematiker sein um die Hintergründe zu verstehen hat natürlich einen Vorteil wenn ich es bin dann ist es leichter aber wir reden hier auch über etwas was größer ist als einfach nur irgendein Asset was ich auf den Markt schmeiße und wir reden momentan bei einer Bitcoin Markt Kapitalisierung von 900 Milliarden haben ganz viele Leute sich mit beschäftigt bevor da institutionelle Investoren hingegangen sind und da ganz viel Geld reingesteckt haben um Bitcoins zu kaufen gut machen wir mal weiter die Erläuterung des Konsensmechanismus wird da aufgegriffen was dann eben der ganz wichtige Punkt ist um Double Spendings zu verhindern aber eben auch um das Netzwerk an sich in einem Gleichgewicht zu halten Bitcoin arbeitet weiterhin auf der gleichen Blockchain seit Beginn das heißt wir kennen ganz viele Kryptowährungen wenn man sich mal umschaut verschiedenste Blockchains wir haben zum Beispiel Bitcoin Cash was dann eine Abspaltung war des ursprünglichen Bitcoin der ursprünglichen Bitcoin Blockchain weil es da unterschiedliche Meinungen dazu gab was die Block Größen beispielsweise anbelangte und so gibt es ganz vieles nichtsdestotrotz möchte ich mich erstmal nur über Bitcoin unterhalten weil auch durch die Zeit die ich mit anderen Kryptowährungen mich beschäftigt habe oder auch selbst Ethereum Mining betrieben habe ist mir über die Zeit jetzt und wir reden jetzt hier immerhin auch schon über vier Jahre die ich mich mit Kryptowährungen und Blockchain auseinandersetze eins immer klarer geworden und zwar dass wir hier nicht nur von einer Kryptowährung sprechen sondern von einer Revolution unseres Geldsystems und Bitcoin kann so viel mehr leisten als wir uns wahrscheinlich momentan überhaupt vorstellen können deswegen finde ich ganz wichtig dass man Bitcoin versteht nicht nur als Geldanlage für die Zukunft vielleicht sondern vielmehr das System dahinter die Technologie und was Bitcoin uns Menschen überhaupt bringen kann womit wir auch zum nächsten Punkt kommen Bitcoin das vermutlich transparenteste Zahlungsnetzwerk der Welt ja genau ihr lest das richtig in den Medien ist in den letzten Jahren des öfteren immer wieder aufgetaucht illegale Aktivitäten mit Bitcoin Hacker etc. pp. ich sage euch ganz ehrlich wer Bitcoin für illegale Sachen benutzt der wird früher oder später enttarnt also um Bitcoin in Bargeld beispielsweise oder in Fiat Geld zu forschen brauche ich irgendwie wieder eine zentrale Instanz in der Regel sind die so weit reguliert dass ich da know your customer also das heißt ich muss meine Identität dort bestätigen also das ist nicht ganz so leicht aus illegalen Aktivitäten Bitcoin in Fiat Geld umzuwandeln da macht Bargeld einfach viel mehr Sinn Bargeld ist absolut unverfolgbar ja ich möchte jetzt hier keine Tipps geben für kriminelle Aktivitäten aber Bitcoin eignet sich meiner Meinung nach nicht dazu das unter anderem auch daran liegt dass wir eine volle Transparenz von der ersten Transaktion bis zur aktuellsten haben das ganze ist abzurufen unter blockchain.com slash explorer das heißt dort habe ich die ganze Bitcoin Fullnode als Explorer kann wirklich von der allerersten Transaktion von dem Genesis Block bis hin zu dem letzten Transaktionsblock der gerade eben vielleicht erst gemeint worden ist zurückgehen kann dort jede einzelne Transaktion von jeder auf jeder Wallet nachprüfen und das gibt es einfach gar nicht sonst in unserem ganzen Finanzsystem gibt es keinerlei Alternative dazu eine so derartige Transparenz aufzuzeigen auch wenn wir vielleicht jetzt nicht wissen wem welche Wallet gehört gibt es auch da schon verschiedene Software Algorithmen Ansätze die daran arbeiten um zum Beispiel mit diesen User IDs und alles was dazu gehört die Rückschlüsse zu ziehen also es ist auf jeden Fall ein sehr transparentes Zahlungsnetzwerk unser nächster Punkt ist die Limitierung auf 21 Millionen Einheiten das ist eins der fundamentalsten Daten würde ich schon fast behaupten die damit einher gehen die Limitierung auf 21 Millionen Einheiten habe ich gerade bewusst nicht ins Bitcoin White Paper geschrieben denn dort sind die nicht aufgeführt gewesen die sind erst also habe ich auch hier geschrieben die maximale Anzahl von Bitcoin wurde mit der Veröffentlichung festgesetzt das heißt in der ersten E-Mail die Satoshi Nakamoto mit der Veröffentlichung seines Bitcoin White Papers gemacht hatte hat er eben diese Begrenzung auf 21 Millionen Einheiten festgelegt und wenn wir uns jetzt ein bisschen weiter ins Detail reingehen dann kommen wir direkt zu dem nächsten Punkt wie ich das auch ganz am Anfang erwähnt hatte die 150 Bitcoins die ich damals zum Beispiel gemeint habe die ich dann ungünstigerweise da kann ich immer nur wieder wegschauen ungünstigerweise meinen Private Key gelöscht habe oder formatiert habe meinen Rechner damals mit der Wallet drauf die sind verloren würde ich jetzt mal sagen ich habe das jetzt hier aufgeschrieben dass es bis jetzt gelten ca. 3,7 Millionen Bitcoin schon als verloren das heißt ganz viele Bitcoins aus der Anfangsphase so wie es bei mir auch war sind für immer verloren dann gibt es noch ein paar andere Fälle wo Leute viel höhere Beträge auch vielleicht die Private Keys verloren haben, gelöscht haben, wie auch immer das heißt im Prinzip aber wir haben hier eine Reduktion von unseren Bitcoin die es überhaupt möglicherweise geben wird und zwar sprechen wir hier von 21 Millionen minus 3,7 Millionen das heißt wir haben 17,3 Millionen Bitcoin und jetzt möchte ich das nur mal so aufbringen um Verständnis dafür zu bekommen bei 7 Milliarden Menschen auf der Welt bleiben für jeden einzelnen Menschen 0,00247 Bitcoin übrig übrig in dem Sinne dass das der Schnitt wäre wenn man die gesamt verfügbaren Bitcoin auf alle Menschen aufteilen würde ja das ist schon heftig das ist eine heftige Nummer finde ich vor allem wenn man dann bedenkt dass es auch viele institutionelle Investoren mittlerweile gibt die tausende von Bitcoins halten und was ja auch gut ist ich will das im ganzen Jahr gar nicht absprechen was ich dabei aber wichtig finde ist dass wir hier über ein transparentes Geldsystem sprechen ja das heißt jeder Euro oder jeder US-Dollar der irgendwie in das Bitcoin System geht der ist auch da ja also ich kann nicht einfach mehr Bitcoin ausgeben oder sonstiges ja wir haben hier verschiedene Themen die da mit einher gehen das heißt zum Beispiel auch dass alle vier Jahre das ist dieses sogenannte Bitcoin Halving alle vier Jahre halbieren sich die Mining Rewards da komme ich jetzt auch im nächsten Punkt nochmal zu zum Mining und Transaktionsgebühren das heißt wir haben angefangen wie ich vorhin auch gesagt habe im Genesis Block mit 50 Bitcoin vier Jahre später sind es 25 geworden danach 12,5 aktuell sind wir bei 6,25 und das ist eine ganz wichtige Zahl weil die eben auch angibt wann es den letzten Bitcoin geben wird der gemeint wird oder der neu ins Netzwerk kommt was dann auch recht wichtig ist wenn man verstehen möchte an welchem Punkt wir heutzutage sind ja ich habe gestern Abend mir noch was angeschaut wo es hieß dass derzeitig ca. 900 neue Bitcoin pro Tag entstehen und wir haben derzeitig eine Situation wo institutionelle Investoren mehr am Tag kaufen auf dem Weltmarkt an den Börsen als neue Bitcoins entstehen das ist ein ganz fundamentaler Punkt wie ich finde vor allem auch im Hinblick darauf dass diese Mining Rewards eben reduziert werden und es in der Zukunft immer weniger neue Bitcoins geben wird die auf den Markt strömen werden der Höchstbestand von 21 Millionen Bitcoin wird im Jahr 2140 erreicht eine ganz bekannte Frage immer so ja aber was ist denn dann wenn man keine Bitcoins mehr hat wie funktioniert das mit der Blockchain denn dann weiter da kommen wir jetzt auch im nächsten Punkt zu zu den Transaktionsgebühren aber ich möchte da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen denn also ich bin schon optimistisch dass wir durch unser Gesundheitssystem etc. auch ein bisschen älter werden vielleicht in der Zukunft vielleicht jetzt nicht in den nächsten 10, 15 Jahren aber das Jahr 2140 zu erreichen ist glaube ich für jeden Zuschauer hier nicht wirklich möglich und ich würde mich natürlich darüber freuen wenn es im Jahr 2140 dieses YouTube Video immer noch gibt und darüber gesprochen wurde dass dann der letzte Bitcoin da sein wird allerdings bin ich auch der Meinung man sollte sich da jetzt nicht nicht allzu sehr darauf fixieren wann der letzte Bitcoin ist sondern die Frage stellt sich eher im Jahr 2139 wie viele Bitcoins werden denn dann noch ausgegeben und wie viele Leute haben Interesse daran Bitcoin ihr eigen zu nennen Nächster Punkt ist das Mining und die Transaktionsgebühren ein ganz wichtiger Punkt in Hinsicht auf das Bitcoin Mining ist das sogenannte Proof of Work Verfahren denn hier muss Energie eingesetzt werden um die Sicherheit des Netzwerks zu garantieren das ist aber nochmal ein ganz komplizierteres Thema deswegen schneide ich das jetzt hier wirklich auch nur an das Mining ist die sogenannte Suche nach dem nächsten Block und die Validierung der Transaktion das heißt derjenige der den nächsten Block also die Mathematik dahinter errät oder findet der darf den nächsten Block an die Blockchain Kette hängen und damit dann auch die Transaktionen in die Blockchain aufnehmen zur Validierung und so funktioniert das Ganze dadurch entsteht natürlich ein Wettbewerb mit anderen Milern aufgrund der Belohnung wir haben ja gerade darüber gesprochen momentan 6,25 neue Bitcoins die dabei entstehen wenn ein neuer Block gefunden wird und ja dadurch entsteht natürlich ein Wettbewerb ich meine ich kann es sich vorstellen und das Bitcoin Netzwerk ist verdammt groß geworden in den letzten Jahren also wenn ich das an 2017 zurückdenke zu heute vergleiche in den letzten vier Jahren ist es dramatisch gewachsen und das ist unbegreiflich also ja es kommt alles etwas schneller als ich sogar vermutet habe ich hatte eigentlich erst ein paar Jahre später mit diesem ganzen großen internationellen Geld gerechnet dass immer mehr Leute verstehen was mit Bitcoin zusammenhängt und gut das war auch der Grund warum ich mich jetzt dazu entschlossen habe dann doch mal irgendwann mit dem YouTube anzufangen und euch ein paar Informationen zu geben wenn alle Bitcoin gemeint sind sollen Transaktionsgebühren ausgleichen ja das ist das was ich gerade angesprochen habe also nach dem Jahr 2140 wenn der letzte Bitcoin gemeint wurde ähm sollte Bitcoin einen Wert haben oder besser gesagt einen Preis ich habe auch schon wieder das falsche Wording benutzt also einen Preis haben der dem Wert äh entspricht und demzufolge ähm die Transaktionsgebühren einen Anreiz darstellen für das Netzwerk weiter diese Arbeit auszuüben und ähm ich gehe ganz stark davon aus dass das auch so eintreten wird der nächste Punkt Bitcoin be your own bank ja einer der wichtigsten Punkte und ähm da fange ich direkt an und sage dir dass die beste Bank du selbst bist und ähm das ist nicht einfach nur so dahergesagt denn du selbst musst nur dir vertrauen und das Prinzip kannst du eben auch bei Bitcoin umsetzen ja ähm dazu ist es ganz wichtig auch dass Exchange keine Wallets äh Wallets sind mehr dazu aber in meinem nächsten Video wo ich auf ähm verschiedene Wallets äh eingehe vor Nachteile von zentralisierten Diensten oder von wirklichen ähm ähm privaten eigenen Wallets für den Einstieg denke ich aber auch wenn man in Bitcoin was investieren möchte und das Prinzip versteht äh geht erstmal kein Weg dran vorbei an einem einfachen System um sich danach dann auch ähm mit der Thematik zu beschaffen was ist noch alles wichtig in diesem Netzwerk in dem ich mich befinde und das ist Bitcoin ja das ist eine Revolution das ist viel mehr als all das was wir uns heute vorstellen können ähm ganz kurz auch der Public und Private Key ist da eine ganz wichtige Sache das wollte ich jetzt schon mal hier erwähnen ganz kurz also der Public Key ist der äh die Adresse wo ihr eure Bitcoin hinsenden könnt ähm ähm oder eben auch äh anderen Leuten an die Public Adresse was senden könnt der Private Key ist euer äh ganz persönliches Passwort im Prinzip ja damit signiert ihr die jeweilige Transaktion im Netzwerk und den solltet ihr auf keinen Fall mit irgendjemandem teilen nirgendwo posten oder sonstiges mitmachen ähm ähm da ich jetzt aber noch nicht auf Wallets eingehen möchte wird das auch erst im nächsten Video kommen und da würde es mich auch vielleicht interessieren was sind eure Fragen dazu ähm was möchtet ihr gerne wissen über Wallets und ähm ähm kommentiert das einfach unter dieses Video und dann werden wir schauen dass wir da auch ähm im Zuge dessen ein paar Antworten drauf geben können und dann als ähm letzten Punkt hier in Hinsicht auf Bitcoin dass Bitcoin mehr als nur eine Währung ist ähm das liegt einfach schon daran dass Bitcoin Open Source ist das heißt ihr könnt euch den ganzen Programmierungscode ähm der hinter dem System Bitcoin steht den könnt ihr euch auf GitHub anschauen ähm ihr könnt Verbesserungen einarbeiten natürlich werden die nicht direkt angenommen sondern da müsst ihr natürlich auch Befürworter finden dafür ähm aber das System dahinter das heißt dass es Community Driven ist und bei den Menschen die Macht liegt äh die das ist schon entscheidend dafür wie ich das schon ganz oft gesagt habe wir haben hier ein neues revolutionäres Geldsystem basierend auf Mathematik und Kryptographie mit klaren Regeln und voller Transparenz so und wenn wir das für irgendein anderes Fiat Geld oder ähm was auch immer sagen kann dann kurze Info in die Kommentare aber ich denke da wird nichts negatives zu kommen die Preisfindung und der Wert von Bitcoin dazu möchte ich noch mir ganz kurz Zeit nehmen auch wenn wir dann äh schon deutlich über unsere Zeit vom Anfang sind wir sind jetzt schon bei 39 Minuten aber macht nichts ähm wenn ihr noch dabei seid schön danke jetzt könnt ihr auf jeden Fall auch ein Like da lassen und nochmal den Kanal abonnieren falls ihr das nicht schon gemacht habt die Glocke aktivieren und ähm in die Kommentare postet ihr dann bitte noch eure Fragen für das nächste Video ähm wie gesagt Hauptthema nächstes Video werden meine Wallets oder werden die Wallets sein Wallets die es äh so gibt ähm wir kommen gleich noch zum Punkt Exchange aber jetzt nochmal ganz kurz die Preisfindung und den Wert von Bitcoin ich möchte jetzt nochmal ein ganz kurzes Beispiel bringen ähm Preis und Wert sind immer zwei unterschiedliche Themen ja also zum Beispiel schauen wir uns Wasser an Wasser ist der Wert von Wasser für uns Menschen ist extrem hoch ja ohne Wasser können wir nicht überleben der Preis für Wasser ist aber noch ne sag ich mal jeder weiß das oder macht sich auch Gedanken darüber dass Wasser in der Zukunft immer teurer sein wird weil das ein ganz normales Prinzip ist das Preis und Wert sich irgendwann angleichen und das gleiche ähm könnten wir jetzt natürlich nochmal mit Gold schauen das heißt Gold ist zwar vom äh Wert her eigentlich hier unten wie ich das vorhin gesagt habe es gibt keine richtigen Anwendungen was ich mit Gold machen kann ich kann Gold nicht essen ich kann Gold nicht trinken aber trotzdem ist der Preis viel höher und wenn ich jetzt Gold mit Wasser vergleiche ist das eine sehr unterschiedliche Sache und deswegen bin ich auch der Überzeugung dass sich Gold und Preiswert irgendwann weiter anpassen werden ähm ich will jetzt nicht damit sagen dass die Charakteristik von Gold falsch ist nein Gold ist ein vernünftiges Geldaufbewahrungsmittel im Gegensatz zu unseren Fiat Geldern die wir überall haben ähm was ich aber damit sagen möchte ist dass Bitcoin so viel mehr ist und ähm Bitcoin ist nicht einfach nur ähm was viele auch immer abschreckt ist ja ein Bitcoin ich kann mir keinen ganzen Bitcoin leisten ja äh ich brauche keinen ganzen Bitcoin ja wir besprechen bei Bitcoin von ähm Möglichkeiten acht Stellen hinterm Komma zu gehen das heißt ich kann für 10 Euro kann ich mir Bitcoin kaufen ja ich kann mit den 10 Euro die ich auf meiner Wallet habe dann auch äh bei dem ein oder anderen Händler schon damit bezahlen und ähm je nachdem welchen welche Exchange welche Wallet ich betreibe gibt es da auch Möglichkeiten heutzutage Visa Debitkarten zu bekommen und äh dann kann ich überall da bezahlen wo ich mit einer Visa Karte bezahlen kann ja also es hat sich da extrem viel getan auf dem Markt und ähm ich denke dass sich der Preis von äh Bitcoin dem Wert von Bitcoin anpassen wird und der Wert von Bitcoin ist so viel viel höher als äh unsere Fiat Gelder das sind und ähm naja gut da kann sich jeder selbst die Gedanken zu machen wir kommen äh auf unsere letzte Folie das sind die Exchange und Börsen ich habe hier mal ähm drei äh Exchange Börsen wie man das auch nennen mag rausgesucht mit denen ich selber ähm angefangen habe arbeite meine Meinung dazu et cetera und ähm fange an mit Coinbase das ist ähm vielleicht auch ganz interessant bei Coinbase eine Web Application hat das heißt ich kann mich äh am Computer äh anmelden und alles verwalten ich habe aber auch eine ähm App die ich auf dem Handy benutzen kann ich habe eine Wallet die ich ähm benutzen kann auch von Coinbase die dann wieder mit der äh Web Oberfläche verbunden ist ähm das heißt ich kann die Points zum Beispiel die Bitcoin die ähm da gekauft habe kann ich mir direkt da auch die Wallet packen kann sie auch benutzen dann im alltäglichen Gebrauch ich habe aber auch die Möglichkeit da eine Visa Debit Karte zu bekommen und habe damit auch direkte Verfügung dazu ich habe jetzt hier nochmal hingeschrieben 10 Dollar in BTC ab 100 Dollar Handel das ähm ich dazu geschrieben ähm weil das diese Invite Links sind für Affiliates ähm das heißt wenn ihr euch über meinen Link in der Videobeschreibung dort anmeldet ähm bekommen wir beide 10 Dollar in Bitcoin auf unser Coinbase Konto überwiesen von Coinbase ab dem ersten Handel von 100 Dollar ähm vielleicht noch ganz kurz das ist ein US Unternehmen und der IPO für die äh ist dieses Jahr anstehend das heißt die gehen an die äh Börse und hatten jetzt das letzte was ich gelesen hatte eine Bewertung von 68 Milliarden das heißt es ist schon ein stabiles Unternehmen was dahinter hängt äh letztes Jahr war es glaube ich ein äh Nettogewinn von 344 Millionen US Dollar und das entsteht natürlich ähm durch unterschiedliche Punkte ich hatte jetzt hier nochmal geschrieben super Service und Vernetzung Web App Wallet Visa Debit ja der negative Aspekt ist eben um 344 Millionen US Dollar als äh Gewinn auszuweisen habe ich natürlich hohe Gebühren äh im Vergleich zu anderen Dienstleistern aber das ist eben der der Service der da auch bezahlt wird und da muss man selbst äh für sich selbst ausmachen ob das einen Wert ist oder eben nicht ähm ich persönlich kann das nur den Dienstleister Coinbase empfehlen ich habe da bisher keine schlechten Erfahrungen mitgemacht es ist schön übersichtlich einfach gehalten ähm mega transparent wird immer angezeigt auch was die Gebühren sind da kann man sich selbst sein äh Bild draus machen ähm als nächstes habe ich die ähm Bison App aufgenommen die gibt es allerdings nur als mobile Anwendung ähm auch hier ist es so dass man 10 Euro in Bitcoin erhält ab 50 Euro Handel über den äh Link den ich unterm Video gepostet habe ähm das Ganze wird von der Börse Stuttgart betrieben äh das heißt man hat seine Coins mehr oder weniger in Deutschland ähm aber wie ich das vorhin auch schon gesagt habe aber be your own Bank man sollte langfristig auch schauen dass man nicht seine Guthaben oder seine Bitcoin weiterhin auf den Exchange stellt sondern dann irgendwann auch auf eine Wallet verschiebt für den Anfang natürlich äh ist das Ganze ein bisschen komplizierter deswegen ähm würde ich äh vielleicht bis zum nächsten Video mit warten ähm kurz gesagt einfach und übersichtlich jedoch nur mobile wie ich das auch gerade eben gesagt habe ähm schaut es euch an meldet euch an dann nutzt den InWide Link und ähm dann kommen wir schon zum nächsten Projekt das ist das äh SwissBorg das ist auch eine App die sogenanntes äh Yield Farming auch betreibt und da ist es so dass du ein äh Voucher bekommst der zwischen 1 und 100 Euro in Bitcoin ähm enthalten kann ab den ersten 50 Euro Handel das Ganze ist eine Schweizer Firma die ihren ICO das heißt die haben sich selbst aus ähm Kryptowährungen finanziert im Jahr 2017 hatten die sogenannten Initial Coin Offering und haben damit 50 Millionen eingesammelt und daraus ist diese Firma entstanden die eben äh diese App verwaltet das Ganze würde ich aber erst für erfahrene Leute äh einstufen da dort auch ein höheres Risiko ist ähm ja als bei den vorgegangenen Unternehmen in diesem Sinne war es das schon für unser erstes Video hier den äh YouTube Basics oder den Crypto Basics 1 auf YouTube von gocrypt.de ihr könnt auch einfach die ähm kurze URL gocrypt.de gocrypt.com nutzen um direkt auf diesen YouTube Kanal zu landen und ähm ähm unter den Kanal Infos findet ihr den Discord Link schaut auch da gerne vorbei ähm stellt eure Fragen kommentiert was das Zeug hält ich sehe jetzt gerade wir haben 47 Minuten das heißt äh wir sind ein bisschen über die 30 Minuten gerutscht aber ich denke für den Anfang war das soweit in Ordnung und ich bedanke mich sehr dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt und würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid vielen lieben Dank und bis dann tschüss tschüss